Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder meinen Lesemonat von März und ich zeige euch heute meine Bücher, die ich im März gelesen habe und meine Meinung dazu und würde sagen, wir legen jetzt sofort los und ja, legen jetzt einfach los. Ich habe diesen Monat sieben Bücher gelesen. Ich hätte mehr geschafft. Ich hatte aber diesen Monat eine kleine Leseflaute und habe anderthalb Wochen so gut wie gar nicht gelesen und in den anderthalb Wochen hätte ich so viel lesen können. Deswegen ja, hatte ich da eine kleine Leseflaute, aber passiert auch mal oder hat man auch mal. Und ja, ich nehme jetzt einfach das erste Buch und zeige euch das. Und zwar fangen wir mit dem Buch an, was ich zuerst gelesen habe und zwar ist das von Jonas Ems Schattenseite Tage der Wahrheit. Und hier geht es darum, dass Schüler kurz vor ihrem Abiturprüfungen stehen. Gibt es einem eine Seite, Schattenseite heißt die und die lüftet halt nach und nach die intimsten Geheimnisse von den Schülern. Hier geht es hauptsächlich um drei Schüler und zwar um Corwin, Nola und Samon. Und von jedem werden halt Geheimnisse preisgegeben und es taucht halt alles mögliche an privaten Sachen auf. Und die werden halt dahinter kommen, wer diese Schattenseite gemacht hat. Und es kommt halt etliches ans Licht natürlich durch ihre Geheimnisse. Und ja, das ist ja von dem YouTuber Jonas Ems. Und ja, ich muss sagen, das Buch war richtig gut. Also ich bin davon nicht weggekommen. Ich kann das wirklich sehr, sehr ans Herz legen. Es war spannend bis zum Schluss. Es geht halt um Cybermobbing und Hackerangriffe, von wo Jugendliche halt betroffen sind. Und ja, kann ich wirklich empfehlen. War richtig, richtig gut. Habe ich sehr, sehr schnell durchgehabt, weil es einfach so spannend war und mich so gefesselt hat. Und ja, kann ich sehr, sehr empfehlen. Dann machen wir weiter mit diesem Buch hier. Und zwar ist das die Scanner von Robert M. Sonntag. Und hier geht es halt quasi, das ist so ein Zukunftsthriller. Da gibt es auch noch einen zweiten Band dazu. Und ja, es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Es ist sehr, sehr... Ich weiß nicht, ich komme nicht so richtig aufs Wort. Es ist sehr... Man muss es verstehen, sagen wir das mal so. Also ich hatte teilweise auch manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, das richtig zu verstehen, weil es war auch sehr schwer manchmal geschrieben. Hier geht es halt darum, dass ein großer Konzern und zwar Ultranetz für alle oder für jeden Menschen Informationen frei, jederzeit frei und kostenlos zur Verfügung stellt. Und dafür gibt es halt zum Beispiel Rob. Und der ist halt quasi ein Scanner, der alle Bücher, die es gibt auf der Welt scannt und dann werden die vernichtet. Dafür sind quasi diese Scanner da, damit es auf dieser Welt keine Bücher mehr gibt. Sobald doch noch irgendjemand ein Buch hat, versuchen sie demjenigen das abzukaufen und sowas, weil es ist quasi sein Job, dass er Bücher scannt. Und ja, er kommt dann aber bzw. lernt dann, welche aus dem Untergrund kennen, die halt Bücher gehortet haben und so. Und die halt gegen diesen Konzern ankämpfen wollen und so. Es ist ein bisschen schwer zu erklären, aber ich... Also ich fand es ganz gut, aber wie gesagt, teilweise war es irgendwie... Es ist auch halt nur eine kleine Kurzgeschichte. Es war ein bisschen schwer zu verstehen manchmal, weil es halt nicht ausführlich erklärt wurde oder so. Aber ich fand es eigentlich ganz gut und... Ja, es ist aber... Wer vielleicht was Leichtes lesen will, vielleicht nicht so. Dann machen wir weiter mit diesem Buch hier. Und zwar ist es von Candice Bushnell, The Carrie Diaries. Carries Leben vor Sex in the City. Das ist quasi der erste Band davon. Es gibt zwei Bände. Es gibt noch den Nachfolger. Das ist Summer in the City. Und zwar handelt es sich hier um das Leben von Carrie Bradshaw von Sex in the City. Und zwar aus ihren Highschool-Jahren. Also es ist eigentlich... Oder wie sie nach New York dann halt gekommen ist. Und... Ja, hier steht auch drauf. Die wilden Teenager-Jahre. Der Stil-Ikone Carrie Bradshaw. Fand ich sehr, sehr gut. Ich muss sagen, es ist auch ein bisschen dicker. Und ich muss aber sagen, es hat mich sehr, sehr gefesselt. Obwohl es eigentlich bloß so diese einfache Highschool-Geschichte war von ihr. Was sie so in der Highschool so erlebt hat. Und wie sie zum Schreiben gekommen ist und so. Und ihre erste große Liebe und so. Und Intrigen und Freundschaft. Aber ich muss halt wirklich sagen, es hat mich einfach gefesselt. Ich weiß nicht, warum. Weil eigentlich mag ich es... Ich lese zwar sowas gerne mal. So eine leichten Highschool-Geschichten. Obwohl man halt immer weiß, wie sie ausgehen. Und eigentlich sind sie immer gleich. Aber bei denen muss ich einfach sagen, ich weiß nicht wieso. Aber es hat mich einfach gefesselt. Ich fand es einfach gut geschrieben. Und auch spannend geschrieben. Und man konnte jetzt nicht alles so vorhersehen. Und... Ja. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ist auch, würde ich sagen, auch eine sehr gute Urlaubslektüre. Und... Ja. Ich werde mir auf jeden Fall den zweiten Band dazu noch holen. Dann machen wir weiter mit diesem Buch hier. Und zwar ist das von Bess O'Larry. Love to Share. Liebe ist die halbe Miete. Und hier geht es um eine Frau und einen Mann. Und zwar um Tiffy und Leon. Und diese beiden Menschen teilen sich quasi eine Wohnung. Denn Tiffy arbeitet den ganzen Tag über. Und Leon arbeitet nachts über. Das heißt, Tiffy ist nachts über in der Wohnung. Und Leon tags über. Und sie begegnen sich halt nie. Sie teilen sich aber die Wohnung. Beide sind sehr, sehr beschäftigt mit ihrer Arbeit. Und sie hinterlassen sich aber immer so Post-its. Wo sie quasi miteinander so kommunizieren. Weil es ist bloß so eine ganz kleine Wohnung, die sie sich quasi teilen. Und ja, währenddessen sie sich schon diese Post-its so... Oder damit so kommunizieren, entwickelt sich schon so ein bisschen was. Und natürlich kommt es dann halt dazu, dass sich beide doch treffen in der Wohnung. Und ja, es ist eine sehr, sehr, sehr schöne Liebesgeschichte, muss ich sagen. Ich bin eigentlich nicht mehr so der Liebesgeschichte- oder Liebesroman-Fan. Einfach weil das für mich alles zu, keine Ahnung, klischeehaft ist. Und irgendwie endet es eh alles gleich. Und es spielt sich gleich ab. Aber ich muss sagen, das fand ich wirklich sehr, sehr gut. Ich fand es sehr schön. Man liest halt immer aus der Perspektive von ihr und von ihm. Und lernt sie halt auch sehr, sehr gut kennen. Und ihre Geschichten quasi. Und ja, ich fand es wie gesagt auch sehr, sehr gut. Fand ich mega. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wer jetzt nicht so die typische Liebesgeschichten mag, so wie ich, dem kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Dann machen wir weiter mit einer Kurzgeschichte. Und zwar ist das von Kevin Brooks, Finn Black, der falsche Deal. Und zwar geht es da um einen Jungen, der bei seiner Familie zu Hause ist. Und dann platzt plötzlich ein junges Mädchen rein und überfällt sie quasi. Beziehungsweise nimmt sie als Geiseln. Und sein Vater, also Finn ist halt der Junge. Und sein Vater und sein Opa möchten dafür, dass sie dieses Mädchendecken halt auch was von dem Geld haben. Und auf jeden Fall machen sie sich dann wie so einen kleinen Deal und sowas. Und das endet natürlich alles ganz anders, wie es sein sollte. Fand ich ganz cool mal für zwischendurch. Hat man halt in einer Stunde, weniger als einer Stunde durchgelesen. Aber für zwischendurch mal sehr, sehr spannend. Obwohl es halt, ja, es ist halt grob geschrieben, würde ich mal sagen. Also es ist jetzt nicht, dass sich jetzt groß Spannung oder so aufbaut. Dann machen wir weiter mit diesem Buch hier. Und zwar ist es von Antje Barben-Dererde, Schneetänzer. Und ja, von diesem Buch habe ich sehr, 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 sehr viel erwartet. Ich weiß nicht warum, aber es hat mich irgendwie hinten, klang das sehr, sehr gut. Und deswegen wollte ich es unbedingt lesen. Allerdings bin ich mit diesem Buch in meine Leseflaute gerutscht. Ich weiß nicht, ob ich das Buch jetzt einfach zum falschen Zeitpunkt gelesen habe. Einfach weil ich jetzt in diese Leseflaute gerutscht war. Aber dadurch hat sich das alles für mich ein bisschen langgezogen. Auf jeden Fall geht es hier darum, dass Jakob nach Kanada fliegt? Ja, in den Norden Kanadas, ins Indianerreservat quasi, um seinen Vater zu finden, von dem er jahrelang nichts wusste. Und dort landet er dann mitten im Wald, im Schnee, kämpft halt um sein Überleben und wird halt quasi von einem Mädchen und ihrem Opa gerettet, die halt in diesem Wald leben. Und ja, sie kümmert sich dann um ihn und beide entwickeln halt etwas füreinander. Und man lernt halt seine Geschichte kennen und ihre Geschichte kennen. Und ja, ich muss trotzdem sagen, dass ich es sehr, sehr gut fand. Aber ich weiß nicht so ganz. Ein bisschen schwierig. Also es klingt sehr, sehr gut, wie gesagt. Und es war auch gut. Aber es hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gerissen. Also es spielt halt auch sehr, sehr viel um Indianergeschichten. Ich glaube, sie schreibt allgemein irgendwie sowas, weil hier hinten sind etliche Bücher von ihr aufgelistet. Und es geht halt irgendwie oft um Indianer und sowas. Und ja, ich glaube, das muss man mögen, weil man lernt eigentlich auch viel von den Indianern da kennen, weil sein Vater quasi ein Indianer ist. Und ja, ich will es auch auf keinen Fall schlechtreden, weil wie gesagt, ich fand es sehr, sehr gut. Und es hat mich auch unterhalten, sage ich mal. Also jetzt nicht im humorvollen Sinn, sondern davon, sondern seine Geschichte und ihre Geschichte. Aber es war auch ein bisschen langatmig. Also ja, aber ich glaube, ich habe einfach ein bisschen zu viel von diesem Buch erwartet. Und dann kommen wir zu dem letzten Buch, was ich momentan noch lese. Aber wir haben heute den 30. März und morgen ist auch noch März. Und morgen habe ich das, spätestens morgen habe ich das auf jeden Fall zu Ende gelesen. Deswegen kommt es noch in meinen Märzmonat mit rein. Und zwar ist das das hier. Das ist die fünfte Welle von Rick Yancey. Das ist jetzt mit dem Filmcover. Das ist eine Triologie. Und da geht es darum, dass die Welt quasi zerstört wird. Also die erste Welle hat Dunkelheit gebracht, die zweite Welle Zerstörung, die dritte Epidemie und die vierte Welle Invasion. Und jetzt steht halt die fünfte Welle an. Und hier geht es hauptsächlich um Cassie. Also es wird eigentlich in mehreren oder von mehreren Leuten aus der Sicht von mehreren Leuten geschrieben. Einmal aus der Sicht von Cassie, einmal aus der Sicht von Evan Walker und einmal aus der Sicht von Ben Parrish. Cassie ist halt das Mädchen. Evan Walker ist ein Silencer. Das bedeutet, er ist nicht echt. Das liest man aber gleich schon hier raus. Und Ben Parrish ist quasi ihr Schwarm, der halt dort landet, wo die Kinder gesammelt werden. Also sie hat quasi oder sie möchte ihren kleinen Bruder retten. Ihre Eltern sind gestorben. Und sie möchte jetzt in dieses, ich weiß gar nicht, wie nennt man denn das? Sie sammeln Kinder, also die Außerirdischen quasi. Darum geht es halt auch ein bisschen. Sie sammeln alle Kinder, um sie so zu erziehen, dass sie zu Kämpfern werden und den Rest der Menschheit auslöschen. Und ihr kleiner Bruder Sammy wird halt dann auch gefangen genommen, obwohl sie am Anfang dachten, es geht um die Rettung. Und sie ist halt auf der zertrümmerten, zerstörten Erde auf dem Weg zu ihm hin. Und ja, dann wird aus der Sicht von Ben geschrieben, der halt auch in diesem, also dort schon ist, wie nennt man das? Ich komme gerade echt nicht aufs Wort. Also der ist halt auch schon dort, wo die Kinder erzogen werden. Und man sieht das halt auch noch aus seiner Sicht. Und dann sieht man das halt aus ihrer Sicht, wie sie auf dem Weg dorthin ist und auch um ihr Überleben kämpft. Und dann gibt es noch Even Walker, das ist quasi ihr Retter, denkt sie. Und er ist halt ein Silencer, also einer von den Außerirdischen, die halt immer in einem anderen Körper erwachen. Und dann quasi dazu da sind, die Menschheit zu erledigen. Und ja, die beiden nähern sich auch so ein bisschen an. Sie hat aber immer noch Gedanken natürlich an Ben. Und es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Aber ich muss sagen, ich habe den Film damals gesehen von der fünften Welle und wollte da unbedingt die Bücher dazu lesen. Und das ist jetzt, wie gesagt, der erste Band. Und ja, ich muss einfach sagen, das ist sehr, sehr spannend. Wie gesagt, ich habe das gerade erst zur Hälfte durch. Aber ich habe es definitiv bis morgen fertig gelesen. Deswegen wollte ich es noch in den März reinmachen. Also ich stehe ja sowieso voll auf solche Sachen, wo was mit der Erde passiert, beziehungsweise mit der Welt passiert. Sollte man zwar vielleicht momentan gerade nicht so lesen, aber ich lese es gerne. Deswegen, ja, ist sehr, 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 sehr spannend. Der Film war sehr gut. Das Buch ist sehr spannend. Und ich bin echt mal gespannt, wie noch die anderen beiden Teile sind. Und ja, das war mein Lesemonat von März. Das Video ist ein bisschen länger geworden, weil ich sehr viel über die Bücher gesprochen habe. Aber ich hoffe, das ist in Ordnung. Und ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Und ich hoffe, ihr lasst meinen Daumen nach oben da, wenn es euch denn gefallen hat. Meine Social Media Seiten findet ihr wie immer in der Infobox und am Ende des Videos. Und um nichts mehr zu verpassen, müsst ihr bloß auf den roten Abonnieren-Button drücken. Und dann bin ich immer in eurer Abo-Box. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zu meinem nächsten Video wieder hier auf meinem Kanal. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Bleibt gesund und zu Hause. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.